Jetzt kommt die Pfeile. Die töten uns. Oder... Was ist denn das? Das ist jetzt aber das letzte. Falkon. Falkogen. Falkon. Aha. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt schon durch kann. Aber was ich machen werde... Boah. Ähm. Ich speichere das Spiel mal hier. Ich fühle mich, dass es... Ich speichere das Spiel. Oh, heavens. Jetzt muss man bestimmt rückwärts lesen. Nofglaaf. Äh. Oder das ist einfach nur ein Anagramm. Hall. Kaufen. Ach, weiß was ich. Egal, da kann man auf jeden Fall nicht rein. Mein Gott. Das ist doch genau das, was wir auf den Bildern gesehen haben. Das muss jetzt der Schluss sein. Das heißt, wie überquärende Weg wird aufgeworfen. Das ist ja auch immer, wie überquärende Bewegung hierzu ist. Was ist das? Bist gesagt, ist es ja nicht so gut? Wir haben das. Danke. Oh, 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 oh. Ich glaube aber nicht, dass das so nett ist. Oh, 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 oh. Ich verstehe es nicht. Warum? Du wusste es. Du wusste es nicht funktionieren. Du wusste es nicht funktionieren. Das ist... Das ist warum du nie sitzt auf dem Throne. Du hast sogar nicht performiert, hast du, Harry? Aber du hast mich gedacht, dass du es hat. Du hast sogar eine Lure verlassen, um mich zu beschäftigen. Aber warum? Äh... What? Was? Du hast das Ritual niemals durchgeführt? Du wolltest uns nur in den Glauben lassen? Ist doch Quatsch. Wir sind doch wieder in so einer Traumwelt. Wir sind doch in der schwarzen Masse und bilden uns das wieder nur ein. Wie wir ja schon mal die Räume hier gesehen haben, unser Zuhause. Das ist doch nie im Leben unser Zuhause. Sieht man doch hier schon. Es leuchtet so komisch. Was wirklich passiert? Die einzige Person mit dir in der Sanctuary Beach war Cassandra. Also wenn du nicht sterben... Es musste sie sein. Jetzt kann man wieder nicht laufen. Sie hat die Dagger benutzt, um die Garten zu öffnen und das Ritual abzuhalten? Du hast versucht, sie zu stoppen. Aber es war zu früh. Sie hat dich mit deiner eigenen Schraube geschlagen. Sie hat dich zu sterben, nicht wahr, Harry? Nein. Das habe ich doch gesagt. Weil Cassandra war ambitious. Er würde nichts stoppen, um die Geheimnisse hier herauszufinden. Die Isle hat diesen Hunger für Wissen geführt. Sie hat aber auch schon vorher gesehen, dass die irgendwie so böse geguckt hat. Nicht nur er. Du hattest Gefühle darüber, ob das Ritual funktioniert. Aber was hat mit Cassandra geklärt? Das Ritual war nicht für Menschen wie du. Das Ritual war nur für... Menschen wie ich. Aber du hast versucht, es zu glauben. Until die Isle itself sprach direkt zu dir. Pachar Folgarfen. Sie ist unsere Daughter. Das ist das, wenn du endlich verstehst. Du verstehst, was mein Geheimnis wäre, wenn ich hier nicht kommen würde, wenn ich hier nicht komme und carryen die Ritual. A slow und painful death. Moment, das verstehe ich jetzt nicht. Also wir hätten das Ritual auf jeden Fall machen können. Und er hat es gewusst. Und er hat es gewusst. Das ist das nur für Cassandra's. Die gleiche Schäden. Die Schäden. Die Schäden. ...another eines Ihres Schravengerhunds. Und ich habe das Bait. Du hast mich zu diesem Island gebracht, das gleiche Island, wo du almost verloren hast, und dein Leben. Das gleiche Island, wo vier Mitglied von deinem Expedition perished. Warum hast du mich verletzt, Harry? Du hast gesagt, dass du mir nicht ließ. Warum hast du mir gesagt, warum hast du mir gemacht? Warum hast du mir gemacht? Weil du wusstest, dass ich nie akzeptieren würde, wenn es mir ließ, wenn es mir ließ, wenn es mir ließ. Right, mein Lieber? Nichts, wenn du mit dir wirst du eine langweilige Deathen. Wenn du mir ließ, wenn du mir ließ, dass du mir ließ, dass du mir ließ, dass du mir ließ, Und du, dass du leben ließ, ohne mich, damit ich sein könnte, wie ich wirklich bin. Das ist warum du mich versuchst. Aber ich weiß, dass du sehr gut, meine dear olden Junge. Wir hatten so viele Jahre zusammen, so viele Moments von Liebe, Freude, Verständigung, Freundschaft. A whole beautiful life mit dir. Ich weiß, was du versuchst, aber ich kann nicht lassen, dass du diese Entscheidung für mich machen kannst, Harry. Either ich, und zuerst, was ich immer gewesen bin, und zuerst, und zuerst, oder ich, zuerst, und zurück nach Hause mit dir, um die Zeit, die meine Krankheit gibt. Es ist meine Entscheidung zu machen. Okay. Jetzt kommt auf jeden Fall eine Entscheidung. Das heißt, zurück, zurück, zu ihnen zu gehen, dafür aber sterben, das Schicksal ablehnen, und nach Hause zurückkehren. Warte mal. Da hat sie mit ihnen halt wahrscheinlich noch ein bisschen. Ne, Quatsch. Moment, sie stirbt ja dann auch. Der ist doch schon tot, oder nicht? Nee, der ist eben nicht tot. Dein Schicksal akzeptieren, und Harry verlassen. Also hier auf ewig leben, Schicksal ablehnen, nach Hause zu kehren. Danach, ähm, sterben, wie unsere Mutter anscheinend. Da wird das gleiche wieder passieren eigentlich. Weil ich würde die beiden dann ein Kind kriegen, und die Tochter hat dann im Prinzip wieder das gleiche Problem. Deswegen mache ich es nicht. Mal gucken, ob man noch was speichern kann. Wenn ich das andere Ende dann noch sehe. Wenn ich das andere Ende dann noch sehe. Aber ich habe doch recht. wird sich dann wahrscheinlich genauso wiederholen. Und das, was uns passiert ist, unsere Mutter war ja auch in der Krankheit. Und die hat sich wahrscheinlich für die Tür entschieden. Ist zurückgekehrt. Und, ähm, ja. Das soll ja hier ein Ende sein. Und er wollte das ja auch so. Okay. Wir hatten eine wirklich gute Leben. Aber das ist nicht mein Leben mehr, ist es, Harry? Nicht nach dem, was ich durch auf dieser Isle. Nicht nach dem, was ich herausgefunden habe über mich. Ich kann mich nicht mehr fühlen. Ich muss, was ich wirklich bin. Und lasst dich weg. Ich gehe nach Hause. Was ist eine schöne Melodie. Ich glaube nicht, dass ich mehr als ein paar Worte gehört habe. Bis jetzt. Hm. 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 Ich bin, Herr Ninfrey. Das ist hier, wie wir uns in dieser Place verletzieren. Ich bin nur ein, das ich mich fiel. Ich bin, im Grunde, die blockchainen Geistes. Ich bin einfach nur ein, das ich in die Messe mit. Ich bin so ein, das ich mit. Ich bin ein, das ich mit dem is. Das war doch der Anfang. Okay, ist auf jeden Fall mal nicht der Anfang. Die Hände sind jetzt aber jetzt... Sehen doch nochmal anders da aus, oder? Waren die nicht vorher noch irgendwie so ein bisschen... Ach, das war jetzt. Yeah! Wildwasserbahn! Wildwasserbahn! Das ist ja mal genial gemacht. Was sind das für geile U-Boarder? Okay, are you ready? Yes, I'm ready. One, two, don't forget the harmony. One, two, three. All my life is empty since I went away. Skies don't seem to be so clear. So, jetzt lasse ich mal die Credits durchlaufen und dann probiere ich nochmal den anderen Weg zu gehen. Und ich wette mit euch, das passiert genauso wie ich es gesagt habe. Wenn wir den anderen Weg gehen, dann sieht man vielleicht noch, dass wir ein Kind kriegen und die Tochter im Prinzip quasi das gleiche Schicksal erwartet wie wir. Wäre aber der falsche Weg gewesen. Weil wie gesagt, wir müssen ja akzeptieren, wer wir sind. Wir gehören ja gar nicht der Spezies an sozusagen. und er wollte das ja auch so. Er hat uns ja mit Absicht getäuscht. Und ich kann mal die Stelle nochmal zurückladen. Ja, ansonsten wie ich es mir gedacht habe von den Rätseln. So mittelmäßig waren schon ein paar coole Rätsel dabei. Manche haben sich nicht wiederholt, will ich sagen, sondern manche sind bekannt auch von anderen Games, wo immer so die gleichen Rätsel benutzen. Und zum Beispiel das mit den Stromschaltern, dass man die Reihenfolge da rausfinden musste. Ich weiß nicht bei welchem Spiel das wieder war. Ich glaube, das kam aber auch schon bei zwei Spielen vor. Das, wo man die Wege da aufbauen musste. Ich meine, das fand ich schon ein bisschen besser, aber ich glaube, das ist auch ähnlich, was man, was ich glaube ich bei, ah, das war mein erstes Let's Play, was ich bei YouTube gemacht habe. Wie hießen das nochmal? Der Seventh Sektor. Da war auch so ein Bild, wo man so eine Art Winkel drehen musste. Also das war auch so ähnlich irgendwie, wo man sich da so einen Weg zusammenbauen musste. Ja, da waren, wie gesagt, die Rätsel waren so, zwar abwechslungsreich, muss man zugeben. Ja, also nicht immer nach dem gleichen Schema, aber ja, halt so Standardrätsel. Ja, und teilweise waren es überhaupt keine Rätsel. Das waren einfach nur irgendwo irgendwelche Bilder suchen, die dann irgendwie nur richtig zuzuordnen oder so. Das war nicht so toll. Das mit den Sternen hat mir jetzt auch nicht so gefallen. Das war nicht so ein logisches Denken, sondern mehr irgendwie so ein räumliches Vorstellungsvermögen, wie man was zusammen... Man wusste ja, was man machen muss. Das war ja die Sache. Even today, so many years later, I still doubt whether I did the right thing. I lied to you. For the first and last time. And even if it was to free you from pain, suffering and death, I deceived you. But I've paid such a high price for my deceit, Nora. Fate has punished me with a long and sorrowful life. With no other incentive than my work. Because that is the only thing I have now. My dear old pal. And now... 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 Team... hotfallah. Asking! Wo wird das sein? Ah, sehr gut. Und Harry verlassen? Ne, das haben wir ja eben gemacht. Oh ansonsten. Hier aus dem Fenster springen. Ah, okay. Schicksal ablehnen und nach Hause zurückkehren. Ich weiß, wer ich wirklich bin und wo ich bin. Ich weiß, dass das Leben für mich hat. Aber eine Eterneinheit ohne dich ist, dass es nicht wert ist. So, ich wähle die slow und schlussendene Death. Ich gehe zurück nach Hause. Achtung, sie sind alle schon weg. Ich habe das Ruse schlussendene, weil du mich liebst. Aber eine echte Liebe ist ein Reciprozess. Also, ich mache diese Entscheidung auch, weil ich dich liebe. Unsere Liebe ist größer als Glück, Linie, oder all die Schleuner, die ich kann. Die sind schon weg, Achtung 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 Die ist schon weg, Achtung Die sind schon weg, Achtung Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So many years later, I still doubt whether I did the right thing. In the end, it didn't matter. You returned home and forgave my deception. We moved close to the sea and had a few more good years, didn't we? Until you left me at one sunny March morning. I wish I could be reunited with you. But fate has punished me with a long and sorrowful life. With no other incentive than my work. Because that is the only thing I have now. My dear old pal. Also was das jetzt die falsche Entscheidung. Wahrscheinlich, weil der hat genau das gleiche Leben gehabt, wie er auch gehabt hat, als die zu ihrem Volk oder ihrer, wie sagt man Sippe, ihrer Spezies gegangen ist. Zu ihrer Heimat, zu ihrer richtigen Heimat. Oder blutsbewandten Heimat, so. Ja, und er ist genauso geendet. Nur die ist jetzt halb gestorben. Die hatten jetzt halb vielleicht noch ein paar, ähm, wie viel war das? Was habe ich gesagt? Zehn Jahre? Zehn Jahre hatten die noch gemeinsam. Ja, ist aber auch eine lange Zeit, muss man sagen. Die Zeit, ähm, hat die halb, die hat halb geopfert ihr, ihr Leben irgendwo, damit sie noch zehn Jahre mit ihnen hat. Und er hat dann zehn Jahre mehr mit ihr, von ihr. Und hat dann zehn Jahre kürzer, wo er allein sein muss. So gesehen. Andererseits, wenn die jetzt zum Beispiel, also beim ersten Ende als die zu, äh, war sie ja auch im Prinzip alleine. Vielleicht ist sie nach Hause gekehrt und hat sich damit abgefunden, dass sie, äh, dorthin gehört, ähm, aber die war trotzdem traurig. Vielleicht hat sie dann eine halbe Ewigkeit noch gelebt, aber die war ja die ganze Zeit traurig, weil sie mit ihrem Mann nicht zusammen sein konnte. Wenn sie ja so über alles gelebt hat. Ja, Story-mäßig ist schon geil gemacht. Ich würde das aber besser finden, mit meinem Ende. Also wirklich, dass, ähm, ja, die noch ein Kind gekriegt hätten und das wieder von vorne anfängt. Ja, zwar auch irgendwie noch trauriger, aber irgendwie, äh, würde ich das schon origineller finden. So, das war das Wort zum, ja, heute ist Sonntag. Ich denke, nee, ist sogar schon Montag um zwei Uhr nachts. Ah, wieder, keine Ahnung, ja, acht Stunden, acht, neun Stunden am Spiel gezogen. Naja, äh, trotzdem, danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wer es bis hierher ausgehalten hat, der kann mich ja gerne abonnieren. Was ich immer gerne zocke bei mir auf dem Kanal, sind Rätselgames, also nicht sowas wie das. Story muss auch immer geil sein, das Spiel fand ich sehr cool. Ähm, Story war hier mehr, habe ich mir genauso vorgestellt. Die Rätsel waren jetzt nicht originell. Ein bisschen so, was man schon kennt von anderen Rätselgames oder anderen Spielen, die die gleichen Rätselmechaniken benutzen. Ähm, Story fand ich schon geil gemacht. Das Spiel hat mir ansonsten so im Gesamten sehr gut gefallen. Und das nächste Game, was ich zocken werde, da gibt es jetzt so viele, weil ich jetzt so eine lange Pause hatte, ich weiß gar nicht, was ich zocken soll. Eigentlich will ich Little Nightmares 2 spielen. Little Nightmares 1 war einer der geilsten Spiele, das ich je gezockt habe. Aber ich wollte es an dem Tag spielen, wo es rausgekommen ist und konnte nicht. Konnte einfach nicht, weil ich keine Zeit hatte. So schade, da wollte ich nochmal den ersten Teil spielen. Äh, die drei DLCs, wo dazu kamen und dann nochmal das Handy geben, was ich gezockt habe. Also so als, äh, Wii Play. Das Ganze, was vor Little Nightmares 2. Erstmal die ganze Story, was ich da erfahren habe, was ich darüber weiß und alles. Und dann, ähm, dann halt als normales Let's Play dann den zweiten Teil zocken. Genau das war mein Plan. War aber jetzt mitten in der Bachelorarbeit, wie ich schon am Anfang des Let's Plays gesagt habe und konnte es leider nicht machen. Schade, Little Nightmares 2 werde ich jetzt auf jeden Fall noch zocken. Aber ich bin jetzt halb überlegen, ob ich das jetzt einfach so, äh, Let's Play oder ob ich jetzt die alten Teile nochmal durchspiele und davon, äh, Wii Play mache. Keine Ahnung. Vielleicht auch ein ganz anderes Spiel. Talos Prinzipiell, äh, als Wii Play. Oder ich hatte ja noch, das habe ich aufgehört, da habe ich nur die Demo gezockt. Das waren die letzten Videos, die ich gedreht habe. Äh, wie hieß denn das? Das Relikt da, genau. Das Relikt da könnte ich ja mal noch zocken. Aber, muss ich überlegen. Wer Bock hat, der kann sich dann überraschen lassen. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Ciao. Das ist SAP. Das sind die DigitalALT-Won.